Umgang mit Geltungsstreben Manchmal gibt es Menschen, die drängen sich in den Vordergrund. Sie wollen zeigen, wie wichtig sie sind. Sie wollen ihre Geltung zeigen und erhöhen. Du kannst das zur Kenntnis nehmen. Du kannst das humorvoll sehen. Du kannst ihnen helfen, etwas ins Rampenlicht zu gehen. Manchmal ist das ja gut, dass Menschen gerne im Rampenlicht stehen wollen. Nicht immer sind die, die im Rampenlicht stehen, diejenigen, die am meisten zu sagen haben. Es gibt auch die graue Eminenz, die im Hintergrund viel tut. Wenn du eher introvertiert bist und eigentlich dich aufregst über Menschen mit Geltungsstreben, dann lass doch die mit Geltungsstreben irgendwie im Vordergrund sein und werde du derjenige, der im Hintergrund Gutes bewirkt.